Ah, hier geht's, was zu sehen. Hm, was zum Draufstellen. Natürlich, was sonst? Die Dinger lassen sich nicht bewegen. Eine Kiste, ich weiß was. Los geht's. Auf geht's! Wir sind wieder im Geschäft. Heilige Scheiße. Das musst du dir ansehen. Wow. Was siehst du? Keine Häuser. Breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Na komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Lieber Talia. Lieber Talia. Das lange, verschollene, legendäre Piraten-Utopia. Entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch-sch-sch-sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja. Sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Das hört sich gut an. Na dann. Mit mir im Paradies. Wie er sich freut? Lieber Talia. Ein herzliches Willkommen. Cool. Halt, du räudiger Hund. Cool. Ich wollte nur. Ja, nein, ich weiß. Ich wollte nur. Genau. Genau. Das haben die schon richtig cool gemacht, ne? Also das ist die Entwickler überragend, müssen wir wirklich sagen. Sau stark gemacht. Schade, dass es der letzte Teil ist. Echt. Mit anderen Völkern gehandelt? Wenn dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Womöglich. So, da gibt's auch noch was. Ein Pferd oder so, ne? Pferdeknochen. Pferdeknochen. Sie sind noch angeboren. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Irgendwas stimmt hier nicht. Was hat er denn jetzt notiert? Warum haben sie ihre Pferde zurückgelassen? Die Übersetzung brauchen wir nicht. Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verflute Piratenschätze. Aber nach all deinen Geschichten? Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Ähm, meistens. Okay. Wie schön das einfach nur aussieht. Sehr geil. So, Libertalia. Gucken wir mal, was sich denn hier noch so, äh, ja, entdecken lässt. Hm. Ja, super. Jetzt sind wir dahin zurückgelaufen, wo wir herkommen. Boah, ich habe Orientierungssinn. Das ist ja... Das ist ja ganz grausam. Ja, was war denn hier? Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Okay, hier geht's nicht weiter. Was hat er jetzt da reinnotiert? Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Artikel 5. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Haben sich die Sklavenmörder und Diebe wirklich an diese Regel gehalten? Dann gehen wir mal da hoch. Ah, ja. Erschlossen. Na klar. So, da gibt's noch was zu sehen. So, da gibt's noch was zu sehen. Was ist denn das? Ein Döschen oder sowas, ne? Hm. Da ist wieder der Pferdestall. Mehr scheint's hier nicht zu geben. Was ist hier noch? Ah, die Schenke. Wir haben wohl die Kneipe gefunden. Steht dir diesen Ort mal zu seiner Blütezeit vor. Ist hier noch was Interessantes? Ach ne, das war ja die Schmiede. Okay. Da hinten ist das Gebäude, aber da kommen wir irgendwie nicht hin. Doch, hier durch vielleicht? Ne, auch nicht. Oh, doch. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Ja, kommen wir da nicht durch, oder wie? Na, fantastisch. Und hier? Und hier? Auch nicht. Wo kommst du denn her? Hier ist wieder der Pferdestall. Eine komplette Stadt einfach mal so dahin gepflanzt, ne? Das ist echt krass. Ja, komm ich denn da nicht durch, oder was? Hm. Hier vermutlich auch nicht. Ja, wie geht's denn jetzt hier weiter? Da oben vielleicht rechts lang? Nö. Gibt's da drin noch was zu sehen? Hm. Muss doch irgendwie da rüberkommen können. Tja. precis Discovery. Vion jetzt. Ja, ich habe den einenen Boom vor, die Leute und die Leute, eine Kim Fjassion hat, Und jetzt wird er Ja, scheint auch so, als würde hier jemand gewohnt. Krass, Schaukelpferd. Hier. Hier ist eine Tür, kriegen wir die auf? Nö. Ah, da geht es nicht weiter. Hier gibt es sonst auch nichts Interessantes. Was ist denn hier? Da liegt was. Was ist denn das? Ein Schloss, oder? Ein Schloss, krasse Scheiße. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Da muss immer was dran sein. Da liegt doch was drin in der Zelle, oder? Da blinkt doch was. Kann ich mich hier nicht ducken? Ah, hier stehen noch Waffen rum. Krass. Oh ja, und Folterzeug. Guckt es euch an. Ja, hier müssen wir nochmal was. Okay, geht es da oben weiter? Was denn? Da auch noch wieder. Lustig. Hat er dir jetzt gezeichnet? Nice drawings, Nate. Sau cool. So. Da ist eine Tür, die wird wieder zu sein. Hm. Komm ich da hoch? Nö. Nee, ich will doch gar nicht da rein. Ah, da hinten geht es noch weiter. Das ist erstaunlich, aber wie kommen wir jetzt zu dem großen Gebäude mit dem Turm? Hier entlang, mir nach. Ähm. Dir nach, ja. Oh. Na, super. Scheint ein Tunnel durchzugehen. Vielleicht unten drunter? Aha. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Ich bin... Ist jetzt alles zusammengebrochen in der Eben, oder was? Krass. Das ist eine sehr gute Frage. Hier haben die Boys gepennt. Und da kamen wir. Da geht es nicht weiter. Aha. Nö, hier geht es auch nicht weiter. Aber sehr nice. Er macht dich mal vom Acker hier, Freund. Ja, ein Symbol. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja. Vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften. Rebellen. Wäre alles möglich. So, wohin jetzt? Kann man da oben wirklich nicht weiter? Nö, ne? Jetzt kommen wir da auch nicht mehr raus. Also muss es ja hier irgendwo weitergehen. Geht ja gar nicht anders. Ja, wie geht es? Ja. 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 Ja.